Die IG Metall erklärt das betriebliche Integrationsjahr. Das sind Bashar, Aisha und Mousser, junge Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Eritrea. Alle drei absolvieren in Deutschland gerade ein sogenanntes betriebliches Integrationsjahr. Es soll all jenen helfen, die bisher am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Und zwar indem es Arbeit und Qualifizierung sowie den Spracherwerb betriebsnah miteinander verbindet. Die IG Metall hat diese Maßnahme 2016 vorgeschlagen, um ihr Motto Wir für mehr Menschlichkeit in die Tat umzusetzen. Es gibt zwei Modelle des betrieblichen Integrationsjahres, die von der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden. Step by Step und Commit. Beide Modelle sind bundesweit und branchenübergreifend anwendbar und stehen Betrieben jeder Größe voll zur Verfügung. Dank Förderung der Arbeitsagentur sind sie für die Betriebe nur mit geringen Kosten verbunden. Die Arbeitsagentur unterstützt sie außerdem bei der Suche nach geeigneten Bewerbern. Bashar und Aisha sind unter 25 und streben eine betriebliche Ausbildung an. Das Modell Step by Step ermöglicht ihnen in vier Phasen den Weg in die Ausbildung. Genutzt wird dabei unter anderem das Instrument der Einstiegsqualifizierung. Dabei werden sie eng vom Betriebsrat und von Mentoren betreut. Denn die Geflüchteten brauchen einen festen Ansprechpartner für ganz alltägliche Fragen. Die Arbeitsagentur fördert die Einstiegsqualifizierung übrigens mit bis zu 231 Euro monatlich. Je nach Tarifvertrag sind aber auch höhere Vergütungen möglich. Menschen wie Musje, die bereits über 25 sind, hilft das Integrationsmodell Commit mit einer Kombination aus Einstieg in Arbeit plus Weiterqualifizierung. Sie werden dabei nach Tarif- oder ortsüblich entlohnt. Dadurch muss niemand fürchten, dass Geflüchtete als Niedriglöhner ausgebeutet werden oder sich durch sie die Lohnkonkurrenz verschärft. Das wichtigste Ziel von Commit ist aber, das Beschäftigungsverhältnis über die Laufzeit des Modells hinaus zu stabilisieren und den Qualifizierungsweg fortzusetzen. Im besten Fall mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Basar, Aisha und Musje sind sehr motiviert, sich erfolgreich beruflich zu integrieren. Und auch ihre Betriebe sind zufrieden mit den neuen Kolleginnen und Kollegen. Weitere Informationen unter www.ig-metal.de slash migration und www.arbeitsagentur.de 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 Vielen Dank.